Arnie Aßland So, Freunde, ein 65er-Schemmel-Baller, auch einer der Klassiker aus der Lohreinland. Ganz wichtig, ganz wichtig bei der Lohreiner-Show oder bei der Lohreiner-Party ist immer der Applaus von euch, denn je mehr Lärm ihr macht, umso mehr Bock haben wir auf die Show. Ja, der Arnie, der Arnie hat auch wenig Haare auf dem Kopf, deswegen sie müsste. Arnie Aßland, wie geht's dir? Geht's dir gut, Arnie? Arnie, Arnie Aßland mit 10 Secken Blumen im Kopf herum, keine Ahnung warum, mit seinem 65er-Schemmel-Impala-Fat-Dancer. Lasst euch überraschen. Und macht ruhig mal ein bisschen Lärm, macht euch mal ein bisschen Applaus. Und fertig zum Party! Ich höre gar nichts von euch. Ich höre von euch überhaupt nichts, aber was geht bei euch? Was geht bei euch? Seid ihr alle müde? Ich höre von euch, ich höre von euch, ich höre von euch. Ali, was geht? Okay, 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 okay. Also ich merke, Arnie Aßland kommt ja aus Dunkeldeutschland, ich glaube 2000 Kilometer weit weg. Er ist sehr müde, da geht normalerweise geht mehr. Ali, was ist los mit dir, Arnie Aßland? Batterien alle. Man kann auch Batterien aufladen. Vielleicht trotzdem mal so einen kleinen Applaus für den Arnie Aßland.